Musik Hi und herzlich willkommen an der Käsetheke der Rewe Schollern in Mülheim. Mein Name ist Doreen Bierschenk und ich bin Lisa Fleischmann. Unser Markt ist 750 Quadratmeter groß und davon beträgt die Käsebedienungstheke 6 Meter. In der Bedienungstheke bieten wir ca. 300 verschiedene Käsesorten an. Wir sind zwei hochmotivierte Mitarbeiter, da unsere Theke strukturiert ist und untereinander immer gute Stimmung herrscht. Zu unseren Spezialitäten zählen unter anderem unsere hausgemachten Cremes, wie zum Beispiel Obatzda, italienischer Brotaufstrich oder auch hausgemachte Käseprattys. Das Sortiment entscheidet unsere Kunden, da uns kein Weg zu weit, kein Weg zu schwer und kein Ziel zu hoch ist. Bei der Warenpräsentation legen wir großen Wert darauf, dass es eine Warengruppenbezogene Präsentation ist. Zum Beispiel, dass alle Blauschimmelkäse zusammenliegen oder zum Beispiel alle fettreduzierten Sachen zusammenliegen. Bei uns dürfen alle alles probieren, da jeder Kunde einen individuellen Geschmack hat. Musik Wir bieten für unsere Kunden den Service an Käseplatten oder Käseigel herzustellen. Und als Anregung für unsere Kunden für zu Hause, legen wir regelmäßig Rezeptvorschläge auf der Theke aus. Wir haben uns darauf spezialisiert, Feigensenflosen besonders im Vordergrund zu rücken, weil diese sonst eigentlich im Regal stehen und der Kunde nicht viel damit anzufangen weiß. Wir sind immer freundlich, aufmerksam und hilfsbereit zu unseren Kunden, insbesondere zu Behinderten oder älteren Menschen. Musik Unsere Käsetheke hebt sich in der Form ab, dass wir ein junges und eigenständig arbeitendes Team sind und wir nicht den Käse in der Theke sehen, sondern Babys, die einfach gepflegt werden müssen. Und das haben wir uns als Aufgabe gesetzt. Musik 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 Musik